Hallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und hier sind wir bei Knuckle Sandwich. Ja, das Ganze ist die Kickstarter-Demo und das Spiel so interessant aus, deswegen habe ich mir gedacht, jo, das schaust du dir mal zusammen an mit meinen Zuschauern und deswegen gehen wir mal auf Press X und so weiter. Ist ein Retro-Spiel, auf jeden Fall schon mal, vielleicht so als Information. So, ist auch aktuell noch auf Kickstarter, kann man unterstützen. Move, alles klar, können wir ja machen. Ey, ich war noch nicht fertig. Okay. Mein Name, mein Name, wie ist mein Name? Hm, Spartakus. Wie schreibt man denn Spartakus? Okay, alles klar. Hm, S. P. A. Nee, R. Sparta. Ja, ja, Sparta. Hm, so ist es richtig. Alles klar. Hm, hm, hm. Ja, passt doch. Spartakus. Ja, passt soweit. So. Er sieht ein bisschen aus wie die Alien irgendwie. Die Hautfarbe jedenfalls. Leicht so bläulich. Aber die Demo hat keinen Vollbildmodus. Warum ist das so? Das heißt, links und rechts habt ihr entweder einen schwarzen Streifen jetzt, wenn ihr euch das auf YouTube anguckt, oder ich mach da noch ein Bild rein. Mal gucken. Ich bin auch skeptisch, aber ich glaube, ich mach da noch ein Bild mit rein. Schwarz sieht ein bisschen blöd aus. Knirrel Sandwich. Wenn man das so richtig ausspricht. Knackl? 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 Prolog. Wow. Ist ja ein Ding, naja. Tchut, 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 tchut. Okay, alles klar. Wir werden mal auf diese Richtung hier gehen. Oh, eine Bushaltestelle. Ein Busfahren. Auf geht's in die Stadt. Das hätt ich nicht gedacht. Warum heißt das denn Sandwich überhaupt? Geht's um ein Sandwich? Wow, warum sind die alle gleich hier aus? Ich suche mir einen Platz jetzt mal. Ich kann mir keinen Platz suchen. Hier ist keiner. Hallo, hallo, junger. Sir, Sir, können Sie mir... Okay, ich bleib einfach stehen, okay? Okay, das ist doch. Äh, ich bleib aber hier vorne stehen, wenn es okay ist, ja? Ist das nicht der gerade, der noch unseren Namen gefragt hat und er ist Busfahrer? Okay. Ach, so sehen die Stadtmenschen also aus. Okay, hab ich mich schon gewundert. Komische Stadtmenschen, okay. Ist das denn eine normale Stadt, oder? Ich frag mal diese Dame hier einfach. Hallöchen. Hey, schön, dich zu sehen. Warum? Nein. Ich renne nicht gerne. Haltet sie. Okay, alles klar. Sie ist ja meistens crunchen, aber rennen geht ja auch. Wee. Du, 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 du. Okay, alles klar. Was ist hier los? Hallo. Hallo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Was ist das hier? A little flower is... Malone, okay. Ah, okay, das ist ein Boom. Das sah mir gerade ein bisschen danach aus wie... ...dieser schleimige Digimon so gesehen mit den zwei Augen, ne? Also was aussieht wie... Boah, hab ich mal gerade hingerotzt mit zwei Augen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so ungefähr sieht es gerade aus. Oh, ein Hund. Hello. Jobcenter. Ah, ja, ich soll mir einen Job suchen. Alles klar. Und was mach ich denn da? Ich war noch nie in den Jobcenter. Was mach ich da? Was macht er da? Ist er ein Stalker? Hi. Oh, dieses Haus ist wunderschön, oh, wunderschön gebaut, alles hier. Wow, hier alles voller Jobs. Ey, geil. Okay. Ja. Wow. So sieht das beim Arbeitsamt aus. Wo ist der, wo fängt die Schlange an und wo hört sie auf? Ich dränge mich einfach mal vor. Warum drehen die sich alle? Warte, ich hab die Nummer 128 gezogen. Na, Prost Mahlzeit. Wir sind mal 43 erst. Ach, 128, das geht ja schnell. Oh, die Pforten der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Wow. Das war gerade nicht untertrieben. Komische Jobcenter. Wow. Äh, Lady, wollen Sie hier nicht mal ein bisschen Licht anmachen vielleicht oder so? Nein, auch okay. Springt die überhaupt jedes Mal über den Tisch, wenn sie auf Klo muss? Oder hat sie hinten ein, ein Personalklo? Voll, links und rechts ist ja nichts. Das heißt, der Tisch ist ja genauso breit wie der Gang. Müsst sie sie drüber oder drunter klettern? No. Leichten Hüsele heute wieder. Let's get started. Okay, ich starte. Was ist das? Wow, 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 wow. Ach so, ist meine Unterschrift gerade gewesen, ne? Wow. Äh, hier auch nochmal unterschreiben, alles klar. Warte, 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 warte. Ah! Ist lesbar. Passt. Warte nochmal, wie oft denn noch. Do it like Video Games. Wie macht man das? Mit dem Maushal geht es immer nicht Hey Noah habe ich gar nicht geschrieben gerade, das hast du geschrieben Ich hab das nicht geschrieben, er war das Bei mir kam ja voll nur kräge Kacke raus Boah Was? 4 Boah, ich fühl mich viel in der Yotoliga irgendwie Ich hab keinen Piacho dabei Sehr eigenartiges Shopcenter, sehr eigenartig Willkommen zur Gameshow Wie bitte was? Äh, 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 kann ich jetzt wieder nach Hause gehen oder, äh Okay Spiel meine Spielshow Okay, okay Ich versuche einfach mein nicht bestes zu geben und dann passt das auch schon Drehen Sie bitte Ihren Traumjob, äh, okay Sie werden Feuerwehrmann, alles klar Ich werde Tänzer, ja gut, werde ich auch, ne, wollte ich schon nochmal werden, ne, ist noch ein toller Beruf und so weiter Darf ich nochmal drehen? Also darf ich nicht, alles klar, gut Und Dann bin ich halt Tänzer jetzt, okay, geht auch Und, hallo, sind Sie Muten Roshi, vielleicht, der Tänzer? Jaa, ich bin der neue Tänzer Warum spricht der so? Wow Wow Okay Ich habe ja schon vieles durchgemacht, ne Okay 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 Yeah Marley Ich habe sowas von drauf, ne Wo, 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 hey Nicht so Ich wollte nie Tänzer werden, ich habe es gedreht einfach Oh, man Okay, alles klar, ich gebe in den nächsten Job Jetzt werde ich aber Feuerwehrmann bestimmt Und ich sehe immer kein Sandwich Feuerwehrmann, Feuerwehrmann Space Cleaner, warum? Das heißt, sie schießen mich jetzt in den Weltraum, oder? Okay, 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 okay Okay, okay, okay So, wir sind schon im Weltraum Hi Boah, wie siehst du hierhin aus? Boah, Sind bestimmt schon die Chemikalen, dass den Kopf verbrutzelt haben? Sind wir jetzt im Weltraum, oder was? Okay, your mission ist simple Ok, alles klar. Ein normaler Shooter. Oh, kein Blasenschieße. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn alle kaputt machen? Das sieht aus wie eine Nase. Warum sieht unser Raumschiff aus wie eine Nase? Wow, das ist klar, das ist klar. Damit das klar ist. Vor all den... Was sagt er da? What? Ah, er weint! Nein! Warum denn? Wenn ich dir die Ohren abschieße! Oh, oh! Was ist denn hier heute? Nein! Das gibt's doch wohl nicht! Warum? Warum? Ungesund! Okay, die Nase ist schon mal weg! Ach ne, ich hab ja die Nase! So ist das ja! Wow, 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 wow! Oh! Das Ohr muss weg! Wunderschön, wunderschön! Jetzt kommt die Nase! Ach so, ich dachte ich kann mich als Nase wieder ins Gesicht einfügen, aber... Und alles war nur ein Spiel! Ah, okay! Was macht ihr zwei? Keine Ahnung! Wir spielen ein Spiel! Und ich dachte, wir wären im Weltraum! Ich hab mir doch gut geschlagen, oder nicht? Der perfekte Schoppe! Okay! Okay, 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 okay! Ich geh' nochmal! Ich geh' nochmal! Ich mach' nochmal! Ihr sollt über Videospiele schreiben, ne? Das mach' ich doch jetzt schon! Könnt ihr ja mal gern gucken auf gamingwithband.gimdo.com Kommt auch jetzt am 15. Mai, äh... Das Spiel kommt ja raus aus der Little Witch Academy, ja? Und dazu... Vielen Dank nochmal, Bandai Namco dafür! Also, dafür werd' ich auch den Testbrech schreiben! Oh, was ist das? Exterminator! Das heißt, ich werd' der Ex vom Terminator! Das ist ja doofe! Ich werd' den Terminator exterminieren, oder...? Hallo? Warte, eine Spanne! Da! Spanne! Spanne! Äh... Wer ist er? Ist er der Terminator? Ich hab' schon wieder voll den Faden verloren gerade! Hm? Hier sind Spinnen! Ja... Jaaa... Okay, 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 okay... Okay, 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 okay... Okay, jaaa... Okay... So, die fange? Waren das jetzt schon alle, oder? Vielleicht snippe ich nochmal hier rein. Und snippe ich nochmal da hin. Und das macht so ein Exterminator. Aha! Warte, wo denn? Hier ist doch gar keiner mehr. Achso, hier, Honig. Alles klar. Wow. Alles klar. Final Fantasy-mäßig hier heute wieder. Gegen Bienen vor allen Dingen. Macht Sinn. Oh, nein. Das war nicht gut. Nein. Ach. Haben wir uns Skills? Aber Scrabble. Scrabble ist ein Skillgeil. Was? Oh, okay. Oh, es gibt schon eine Menge XP hier. Level up. Yay. Vollinteressante. Ja, ich habe die geschlagen. Ich dachte, das muss so sein. Jetzt waren es ja schon drei Jobs. Jetzt sind ja bloß noch zwei. Äh, einer meine ich. Und die Menge jubelt. Yeah. Was für eine Gameshow. Okay, einmal noch. Ich höre die Grillen husten schon leicht im Hintergrund. Nicht gut. Okay. Ihr braucht euch nicht alle umdrehen hier zu mir. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß? oder geh einfach weiter. Ich dachte gerade. Toll. Fährt noch ein Bus? Oder fährt kein Bus? Toll. Das heißt, ich darf jetzt schön nach Hause gehen. Ganz lang. Wow, ein Zettel. Hallo. Gorilla Burger. Stuff wanted. Ich werde ein Burgerbrater. Wie Spongebob. Oh, Traumberuf. Voll. Mit einer Krabbe noch. Ein Sechständer als Freund. Und Tinnenfisch. Okay, Spanien. Kapitel 1. Ich weiß gar nicht, wie lange die Demo jetzt überhaupt geht. Ich werde einfach mal jetzt ein längeres Let's Play machen. Weil ich gerade Lust habe. Oh, das brauchen wir ja nicht schneiden, ne? Nachher. Und das nächste Mal gibt's ja wieder Freitag den 13, ne? Ich habe schon ewig kein längeres Let's Play mehr gemacht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Demo geht. Also in dem Sinne. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Dass das wohl ein bisschen länger gehen wird. Oh, ich klingle einfach mal. Hallo? Oh, ich habe eine Winkelkatze. Soll ich mal abräumen, oder? Nee? Soll ich rüberklettern? Nee, ich komme rüber. Wow. What is this? Where are you? Ich bin der Neue. Boah, ist der aus Tekken, Alter. Hayachi! Mishima! Hayachi! Mag alle kaputte! In der blauen Nase hätte ich ihn gar nicht erkannt gerade. Oder der Lila ist schon geschlagen. Sieht aus ein bisschen wie Wario. Hallo? Na? Darf ich dir mal etwas ins Ohr flüstern? Okay, alles klar. Ich mache schon mal hier. Ist ja gut. Ich mache ja schon. Snap. Snap by Snap. Di, di, di. Di, 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 di. Ja, okay. Ich werde einfach schnell. Vor allem, das mache ich schon Hause. Das mache ich zu Hause schon, nicht? Und jetzt soll ich eben das Spiel abfaschen. Ich bin ein neuer Boss. Eins, zwei. Was, 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 was? Was soll ich machen? Woher hin? Was, was, was ich nicht? Manann. Manann. Oh, kann ich mir gar nicht merken. Die Elf, die Elf. Wer hat denn die Elf gehabt hier? Du vielleicht? Wer hat die Elf gehabt hier? Du ja, du, du. Wie soll ich mir so schnell merken alles? Mann, und warum stehen die alle im Weg umher überhaupt? Haben die keine Hobbys? Hä? Muss ja höchstens er hier sein. Ja. Mann, geht mir doch alle. Wer hat die Elf gehabt hier? Der ist schon ganz grimmig irgendwie. Wann ich? Guck mal. Hier ich. Also grüne Balken auf jeden Fall. Das heißt, sind zufrieden oder nicht? Ich hab ein B bekommen. Okay. Ein B ist okay. Da kann ich mit leben. Das ist okay. Was ist das? Oh, ein Messer! Butterbrot! Das hab ich mir schon mal gewünscht. Danke. Das ist voll schön. Da bin ich Kartoffeln schillen. Endlich, da bin ich Kartoffeln schillen. Ja, mein jahrelanger Traum. Yes. Endlich. Ich bin dabei. Ich bin ein Mann. Du bist es. Du bist, äh, ne? Du wirst schon sehen, also. Telefon, alles klar. Hallo? Annahmestelle für altes Brot? Was? Hi, neue Type. Mann, der Kai, oder? Oh, gratulier mir später. Ja, ja, kann ich mal speichern. Cool, wir sehen uns später. Du hast nur angerufen, damit ich speicher kann. Mann, nicht. Okay, gut. So. Äh, war nichts wichtiges, Bosse. Okay, okay, okay. Wo ist denn der Müll? Hä? Wo, 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 okay, das war ich nicht, das war ich nicht. Okay, alles klar. Müll, der kleine Herr. Warum dauert das, äh, der, was? Warum donnert das denn? Wow, düsterer Mann mit Zigarette? Hallo. Hey, na? Wo ist denn stecker? Wo kommt der überhaupt her gerade? Ist der Hof hier nicht abgesperrt, oder? Hä? Okay, jetzt gibt es erstmal Paus Maul. Ja, ja. Wow. Scrabble den alle, ich scrabble den jetzt, so. Jetzt aber, jetzt ist hier Ende im Gelände. Was ist das denn hier? Achso, das ist hier aufladen. Okay, alles klar. Gut, genau. Ja, aber das geht auch. Schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Vollste Konzentration hier heute. Vollste Konzentration. Mann, hat sich geheilt gerade? Alles klar. Fiese Nummer. Ah, ganz schlecht gerade. Das war's. Ich hab keine EPs mehr. Ist alles vorbei. Wollen, was hat er da an der Hand gerade? Wo hat er das Messer auf einmal her? Warum hab ich kein Messer dabei? Okay, ich muss mich einfach aufkürlen, hier alle. Ich muss mich aufkürlen. Boah, dann spielt gleich curly hier, du. Jetzt aber hier, jetzt ist es aber hier, ne? Ist bescheiden. Ah, blöd. Ah, blöd. Ob ich das noch überleben werde? Ausgewichene, haha. Alles klar, natürlich. Oh, das ist so krank gerade. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay. Oh, ich bin Level 3. Yeah. Fantastisch. Okay. Okay. Jo. Warum nicht, ne? Komm, wir machen. Die ganze Blutfonteine da. Scheiße. Äh, Chef, das war ein Unfall. Er hat mich, er hat angefangen. Wer war das da? Da, 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 da. Ja. Ja. Vor allem jetzt, das war der Neffe. Nein! Nein, Quatsch. Da passt nicht von der Haarfarbe her. Haha. Der lag da schon vorher, also, glaube ich. Woah, nein, ehrlich jetzt. Wir müssen die Leiche eliminieren. Vor allem schön erstmal in den Berg gepackt. Die Blutspur natürlich nicht weggewischt. Warum sollte man ja auch, ne? Wenn das Gesundheitsamt kommt, dann ist das halt so, ne? Und erstmal, deswegen heißt es auch Nackelsalvage bestimmt. Äh, schön den Körper erstmal in den Burger gepackt. Hm, ne? Okay. Ja, warum nicht, ne? Dänische Delikatessen und so weiter. Ihr kennt das ja. Woah, hier fängt ja wieder runter an. Woah, woah, woah. Woah, 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 woah. What the... Was? Warum? Okay, okay. Ah, daher der Name Nagelsandwich, ich verstehste. Wunderschön. Okay. Ach, das ist das Ende des Demo. 35 Minuten, ich habe gedacht, wir kommen in mindestens über eine Stunde, habe ich noch gedacht. Ja, 35 Minuten reicht eigentlich auch. Hätte man auch zwei Parten machen können, ach, quatsch, brauche ich nicht, so. Das ist das Ende der Demo. Warum? Oh, ich denke, da geht weiter. Okay, wir sehen uns später wieder, wenn das Spiel erschienen ist, okay. Wir sehen uns später. Okay, ich will voll traurig werden. Follow the Updates. Habe ich schon. Joa, das war's heute mit Nagelsandwich. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr gerne Video liken, kommentieren und rechts abonnierbutton. Einfach auf Clash and Dash and smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir. Gaming with Ben. Und, äh, ja, geht doch gerne mal auf, äh, gamingwithben.jimdo.com. Da gibt's die aktuellsten Gaming News, Previews, Reviews, und so weiter und so fort. Äh, bitte da, komm, mit Türen und, 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 und. Aufzigen. Aufzigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017